Sag mal, Martin, was hältst du von diesen Vokabeltrainern, die es im Internet gibt? Die Frage habe ich bekommen und die beantworte ich dir sehr, sehr gerne. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, es gibt Vokabeltrainer im Internet. Die sind online, die kriegst du in Papier, die kriegst du als Videokurs und so weiter. Und ich halte von diesen Vokabeltrainern, ich sage es dir jetzt, pass auf. Es gibt Vokabeltrainer, die bringen dich weiter. Die bringen dich deswegen weiter, weil du der entscheidende Faktor bist. Es ist nicht so, dass du sagst, jetzt habe ich einen Vokabeltrainer, der macht mich besser. Du machst dich besser. Es liegt an dir, ob du den Vokabeltrainer richtig nutzt, ob du ständig dran bleibst, ob du richtig Gas gibst. Ich habe dir hier mal ein Video verlinkt, drei Wörter am Tag. Du kannst ganz alleine richtig gut werden, aber du musst Vollgas geben. Du musst Gas geben, damit du was erreichst. Pass auf, du hast einen wunderbaren Fußballtrainer, isst aber zu Hause Chips, trinkst Cola, gehst nur einmal die Woche zum Training. Das kann der beste Trainer sein. Es wird dir nicht helfen. Du hast einen Trainer, der mittelmäßig ist, aber du bist eine Stufe drunter und gehst dreimal, viermal, fünfmal die Woche zum Training. Ja, der wird dich besser machen. Dieser Trainer wird dich besser machen, weil du Vollgas gibst, weil du richtig Attacke machst. Meine Bitte an dich ist, such dir den besten Vokabeltrainer im Internet raus. Such dir den besten Vokabeltrainer raus, wo du meinst, der unterstützt mich, der hilft mir, der ist das Werkzeug, was mich auf ein neues Niveau hebt. Und da gibt es die unterschiedlichsten Vokabeltrainer. Bitte, ich werde dir keinen vorgeben, sage ich dir so, wie es ist. Nein, du kriegst von mir keinen Tipp, denn für jeden sind unterschiedliche Vokabeltrainer besser. Ja, der eine sagt, wow, der ist sehr gut und jemand anderes sagt, das Ding hat mir gar nicht geholfen. Nimm doch lieber das. Nee, der macht keinen Spaß, das ist nicht meins. Überlege bitte, lernst du besser per Video? Lernst du besser durch PDFs, also wo du selber schreiben kannst? Lernst du besser durch Hören und Nachsprechen? Jeder Mensch auf der Welt lernt einfach unterschiedlich durch unterschiedliche Kanäle besser. Und du suchst deinen perfekten Weg raus. Übrigens, hier unten drunter ist ein Online-Kurs zum Thema Wortschatz erweitern. Keine Grammatik, nein, nur Wortschatz erweitern. Und da geht es genau um Vokabeln. Und dieser kleine Kurs, auch für kleines Geld zu haben, wird dir helfen, dass du deinen Wortschatz massiv nach vorne bringst. Dort sind die unterschiedlichsten Übungen drin. Videos, PDFs, Hören, Nachsprechen, da ist alles drin. Wenn du sagst, hört sich gut an, kleines Geld, große Wirkung, dann ist das genau der Online-Kurs, der dir helfen wird. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen und wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag. Hab eine gute Zeit. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.